Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal Real Data Hero zur Präsentation meiner Analysen und Grafiken rund um die Covid-19-Pandemie. In diesem Video-Special gehe ich auf die Präsentation der Corona-Zahlen durch den Schweizer Fernsehsender SRF auf seinen Internetseiten ein, die ich mit vier Einzelvideos vorstellen möchte. Heute geht es um die Präsentation und Deutung der Fälle, Tests, Hospitalisierungen und Sterbefallzahlen. Sehr eindrucksvoll werden gleich nach einem Einführungsvideo aus der Tagesschau vom 18. Januar die tagesaktuellen Daten zu den Fällen, Hospitalisierten, Verstorbenen, dem Stand der Impfungen und der Lage in den Spitälern als wichtigste Zahlen für die Schweiz präsentiert. Diese alternativlose Gewichtung will ich hier unkommentiert lassen. In einem gewissen Widerspruch zu dem Hinweis unter dem angesprochenen Video, die Spitze der Omikron-Welle sei bald erreicht, steht der exponentielle Anstieg der Positivrate in den letzten Wochen auf 52,8% am 12. März. Nicht nur die Rekord-Testzahl von über 120.000 täglich durchgeführten Tests, die allmählich wieder reduziert wird, sondern auch der Anstieg der unerklärlich hohen Positivrate lässt alle früheren Wellen in die Bedeutungslosigkeit absinken. Im Kommentar hebt das SRF hervor, die Tests hätten bisher ein gutes Abbild der Lage abgegeben. Nun reduziert sich die Aufsage offenbar aber darauf, dass sie nur noch ein Indiz dafür abgibt, wie breit zur Zeit getestet wird und welche Testkapazitäten vorliegen. Das entfernt sich deutlich von einer epidemiologischen Bewertung insbesondere der rational nicht nachvollziehbaren Positivraten von über 50%. Ganz besonders eindrucksvoll ist die Wahl des einheitlichen Rottons für die Aufteilung der positiv Getesteten auf die Altersgruppen ausgefallen. Wenn einerseits durch Angleichung der Infektionsanteile jeweils auf 100.000 Einwohner die Zahlen zu einer gemeinsamen Bezugsgröße umgerechnet wurden, sträuben sich dem Statistiker die Haare, wenn die Werte unter 500 und über 5000 in der gleichen Farbabstufung dargestellt werden. Das hat mit einem vorsichtigen Herantasten an einer plausible Aussage der Daten nichts zu tun, sondern ist ein Läuten sämtlicher Alarmsirenen. Dabei wird jeder Blick auf die hohen Raten, insbesondere der jüngeren Altersgruppen und ihre allmähliche Beruhigung völlig außer Acht gelassen. In der Statistikausbildung werden solche Darstellungen nicht zum Abschlussziel führen. Wo der Grund der leichten Abweichungen meiner Eigenberechnung auf derselben Datenbasis wie beim BAG liegt, lässt sich nicht kurzfristig klären, verändert aber nicht die Bewertung. Es fehlt somit auch die Suche nach den Hintergründen, insbesondere der besonders hohen Fallzahlen. Ich habe mir angewöhnt, nach Bezugsgrößen zu schauen, die hierzu korrelieren. Und so zeigen die ebenfalls pro 100.000 Einwohner umgerechneten Testzahlen ebenfalls in der Woche vom 24.01. den Maximalwert bei 14.768 Tests. Und bei der 8,5 mal kleineren Testanzahl der 70- bis 79-Jährigen finden sich folgerichtig auch die niedrigsten Fallzahlen. Es muss also somit nicht verwundern, wenn die jüngeren Altersgruppen und vieles mehr getestet werden, dass dann auch höhere Fallzahlen die Folge sind, was keine Aussage zu Infektiosität und Verbreitung in den Altersgruppen impliziert. Rechnet man die Fallzahlen in Positivraten um, ergibt sich ein Bild, das weit homogener über die Altersgruppen gestreut ist. Allerdings besitzt der anmutende Anstieg der Positivrate auf bis zu 55,7% ein hohes dramaturgisches Potenzial, sodass nach den Folgen dieser Entwicklung geforscht werden muss. Das SRG stellte diesen Anstieg der Positivrate zwar in einem Kurvenverlauf heraus, aber ein Bezug zur Entwicklung der Fallzahlen und weiterer Kenngrößen wird dort nicht herausgearbeitet. So fahre ich eigenständig fort und betrachte zum Bild der Positivrate die Spitaleintritte mit positiven Tests ebenfalls pro 100.000 Einwohner umgerechnet. Die Entwicklung verläuft völlig entgegengesetzt der linken Tabelle von hohen Anfangswerten Anfangsjanuar zu kontinuierlich sinkenden Hospitalisierungen in der zweiten Märzwoche. Die steigenden Neuinfektionen können ja nicht Ursache für die sinkenden Spitalineintritte sein, die sich Woche für Woche verbessern. Das Team vom SRF führt hierzu aus, ich zitiere, Zitat Ende. Wenn sich aber nun Neuansteckungen und Spital- wie IPS-Eintritte entkoppelt haben, welchen Sinn machen dann die immer weiter exzessiv betriebenen Tests? Für die Absicherung der klinischen Versorgung hat dies jedenfalls aktuell keinerlei Nutzeffekt. Oder wie sieht es mit den Todesfällen mit positiven Tests aus, die ich rechts dargestellt habe? Ohne wiederum einen Zeiger zu bemühen, erkennt man schnell, dass hier wie bei den Hospitalisierungen die Sterbefälle pro 100.000 Einwohner ebenso deutlich sinken wie eben die Hospitalisierungen. Dies unterstreicht meine vorherige Bemerkung zur Fragwürdigkeit hoher Testzahlen für ein abgekoppeltes Infektionsgeschehen, das nun ohne Konsequenzen bei zwei entscheidenden Kennziffern bleibt. Wir sehen hier, dass auch das SRF diese Daten entgegen der einheitlich roten Fallzahldarstellung durchaus mit differenzierten Farbabstufungen arbeitet. Ich frage mich nur, warum die Zahl 0 dann nicht auch einen Weißton verdient hat. Ich will noch einen Schritt weiter gehen, als das SRF und die Covid-Sterbefälle dem wöchentlichen Gesamtsterbegeschehen ebenfalls auf 100.000 Einwohner umgerechnet gegenüberstellen. Als Folgeschritt berechne ich den prozentualen Anteil der Covid-Sterbefälle am Gesamtsterbegeschehen. Dieser bewegt sich zwischen überwiegend 0% Werten in den jüngeren Altersgruppen, abgesehen von einzelnen Ausreißern in den niedrigen zweistelligen Bereich, überwiegend im mittleren bis oberen einstelligen prozentualen Bereich. Die gefährlichste Pandemie zeigt sich also zurzeit in der Schweiz in den betroffenen Altersgruppen mit Sterbeanteilen von etwa 6 bis 10%. Wie ist das im Vergleich zu vorherigen Jahren einzuschätzen? Ich will hier die berechneten wöchentlichen Sterbeanteile von Covid-19 mit dem Anteil der infektiösen Atemwegserkrankungen an den Todesursachen insgesamt im Jahr 2019 gegenüberstellen. Etwa 6 bis 7% Covid-Toten bei den über 80-Jährigen stehen 8,3% an Atemwegsinfekten Verstorbenen insgesamt 2019 gegenüber. Und etwa 7% bei den 50- bis 59-Jährigen stehen 4,1 bis 7,7% in 2019 in diesen Altersgruppen gegenüber. Wobei natürlich für eine verlässliche Aussage die Jahreswerte insgesamt betrachtet werden müssen und wir brauchten adäquate gleiche Altersgruppen, die das BASF leider verlangsamt erst bearbeitet. Ob angesichts dieser in meinen Augen absolut vergleichbaren Größenordnung der Sterbeanteile, die vom SRF im Interview präsentierte Pathologin Kirsten Metz vom KSBL Liesthal als Mahnerin angeführt werden muss, um das Virus als eindeutige Todesursache zu bestätigen, über dessen ausstehende Isolation im Rhein-Isolat nebst anstehender Kontrollexperimente weiterhin lebhaft zwischen Experten gestritten wird? Die Datenlage der vom BAG bereitgestellten Dateien verdeutlicht zumindest, dass von den als Covid-19-Fälle klassifizierten hospitalisierten Fällen nur etwas über 50% Covid-19 als primären Hospitalisierungsgrund besaßen. Die übrigen Fälle zeigten dagegen wohl positive Zufallstestbefunde. An dieser Stelle möchte ich mein erstes Video zur Berichterstattung des SRF schließen und mich für Eure Aufmerksamkeit bedanken. Im zweiten Teil wird es um die Hospitalisierungsanteile der Geimpften und den Schutzeffekt der Impfung gehen. Ich habe in nächster Zeit ein größeres Buchprojekt zu den Analysen für den europäischen Raum sowie methodische Forschungspublikationen in Arbeit. Solltet Ihr mich hierfür unterstützen wollen, findet Ihr hierzu Hinweise sowie das PDF zu meinem heutigen Video in meinem Telegram-Kanal RealHero. Ich möchte mich für Euer Interesse und Eure Geduld sowie Eure bisherige Unterstützung sehr herzlich bedanken und sage Tschüss, Euer RealHero.